Ich bin der Markus Riedl und arbeite bei Utre und Lechner. Wir sind ein Familienunternehmen in der dritten Generation und uns gibt es schon seit 70 Jahren. Wir entwickeln, forschen und produzieren Siphons, Abläufe und Verbindungsteile in Österreich. Aber vermutlich kennen Sie uns schon. Wir machen nämlich dieses kleine Teil hier. In neun von zehn Haushalten in Österreich sorgt dieser kleine Teil hinter der Waschmaschine für den guten Ablauf. Man kriegt bei uns alles für den Abfluss. Die hochwertigsten Produkte. Vom Dach über das Wohnzimmer, das Bad, die Küche bis zum Keller. Unser Schulungszentrum spielt alle Stückeln. Es ist hochmodern, voll elektronisch gesteuert und perfekt für Schulungen. Wir haben einen Katalog natürlich auch. Aber viel besser ist, sie kommen her und schauen sie in Natur ran. Das ist zum Beispiel ein Siphon, der extrem viel Platz spart unter der Spüle. Beispielsweise für Mieskülle. Es geht aber nicht nur um die Funktion, es darf auch Stil haben. Wie die Dusche und deren Abfluss zum Beispiel. Das findet man alles natürlich auch auf unserer Homepage. Aber besser ist, die Leute kommen vorbei und sehen live, wie es dann daheim ausschauen wird. Damit alles so aussieht, wird natürlich geforscht und entwickelt. Wir wollen immer besser werden. Das ist unser Produktionsleiter Gerald Schulterer. Der schaut darauf, dass jedes Stück präzise gefertigt ist. Von Dachablauf bis zum Siphon. Er hat ständig ein Auge auf den Produktionsprozess. Er sagt, nur ein perfektes Teil dürfen wir an den Kunden schicken. Bei uns ist alles 100% made in Austria. Das ist unseren Kunden wichtig. Auch über die Grenzen hinaus. In Polen oder der Ukraine zum Beispiel wird man kaum ein Hotel finden, in dem unsere Produkte nicht im Einsatz sind. Die besten Prozesse und Maschinen nutzen aber nichts, wenn man nicht das richtige Team hat, sagt mein Chef Christoph Schütz. Jeder weiß, was zu tun ist. Es ist wie ein Uhrwerk. Wir sind schon knapp 100 Leute in den verschiedenen Abteilungen. Aber im Kern sind wir immer noch ein Familienbetrieb. Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild von uns. Kommen Sie vorbei bei Hutter & Lechner.